In diesem Video stellen wir Ihnen die Celexon Home Cinema CLR Hochkontrastleinwand vor und erklären alle Vorteile beim Einsatz mit einem Lasertv. CLR oder Ceiling Light Rejection Leinwände sind Projektionsleinwände mit einem speziellen Leinwandtuch. Dieses verhindert durch die Struktur der Tuchoberfläche die störende Wirkung des Umgebungslichtes auf die Projektion. Dadurch werden der Kontrast und der Schwarzwert der Projektion enorm gesteigert. Und so funktioniert das. Stellen Sie sich vor, Sie nutzen einen Kurzdistanzprojektor mit einer regulären Projektionsleinwand oder Sie projizieren sogar direkt auf die freie Wandfläche. In dieser Konstellation wird das Licht des Beamers und auch das Deckenlicht ungebündelt in alle Richtungen von der Leinwand reflektiert. Das lässt die Projektion kontrastlos und matt erscheinen, was den Filmgenuss gehörig mindert. Eine CLR Leinwand, wie die Celexon Home Cinema CLR Boden Hochkontrastleinwand, eliminiert dank der speziellen Oberflächenstruktur des Tuches den Einfluss des Umgebungslichtes um bis zu 95 Prozent. Gleichzeitig bündelt sie das Licht des Beamers, sodass die Projektion direkt zum Zuschauer reflektiert wird. In diesem Vergleich sehen Sie eine Projektion direkt auf die Wandfläche und in der Gegenüberstellung eine Projektion auf die Celexon CLR Hochkontrastleinwand. Hier sieht man ganz deutlich, dass im Vergleich zur Wandprojektion die Projektion auf eine CLR Leinwand mehr Kontrast bietet und das über die gesamte Projektionsfläche. Mit dem Tangent Seilspannsystem bietet die Celexon Home Cinema CLR Hochkontrastleinwand einen weiteren wichtigen Vorteil. Die Tuchfläche bleibt stets straff gespannt, was gerade beim Einsatz eines Ultra-Kurzdistanz-Beamers für die Bildqualität von entscheidender Bedeutung ist. Die Leinwand kann per Fernbedienung gesteuert werden. Außerdem ist es möglich, die Leinwand per USB-Dongle mit dem Beamer zu verbinden. Dadurch fährt die Leinwand beim Einschalten des Beamers aus und beim Ausschalten wieder ein. Die Leinwand können Sie wie in unserem Beispiel entweder auf einem Möbelstück positionieren, auf dem Boden aufstellen oder auch in ein passendes Lowboard einbauen lassen. Das sorgt für noch mehr Ästhetik und Komfort. Die elektrische Celexon Home Cinema CLR Boden Hochkontrastleinwand ist ab sofort erhältlich in den Farben Schwarz oder wie in unserem Beispiel in Weiß. Außerdem in den Größen 100 Zoll, 110 Zoll und 120 Zoll. Für weitere Informationen zu dieser und vielen weiteren Leinwänden besuchen Sie unsere Celexon-Seite oder fragen Sie Ihren Fachhändler. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Jetzt bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020